Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Auf dem Transfermarkt haben wir noch einiges vor und dadurch ist es eben auch wichtig, Spieler zu verkaufen und Geld einzunehmen. Ein Kandidat ist natürlich Osang Kabak, der zum einen Topverdiener ist, aber eben auch noch einen gewissen Markt hat, wo man ein paar Millionen einnehmen kann und nun gibt es da auch neue Meldungen. Denn zuletzt, dies ja auch immer wieder, nochmal beschädigt von den Ruhrnachrichten, da Schalke hier auf eine Summe von rund 8 bis 10 Millionen Euro hofft bei einem endgültigen Verkauf von Osang Kabak. Klar ist aber auch, aktuell ist noch undurchsichtig, inwiefern es wirklich Interessenten geben wird, die genau diese Summe bezahlen. Aber zuletzt gab es das Interesse des türkischen Meisters Trabzonspor und da gibt es nur noch ein Update aus der Türkei. Denn laut einem türkischen Journalisten befindet sich Trabzonspor derzeit bezüglich einer Verpflichtung von Osang Kabak in Gesprächen mit Schalke und somit könnte es Bewegung in den Deal geben. Bislang hieß es ja, dass Trabzonspor er gerne Kabak ausleihen würde. Ein Kauf wäre für die Türken wohl aktuell nicht stemmbar. Natürlich ist aber auch klar, in solchen Gesprächen kann man ja noch nochmal eine Kompromisslösung finden. Schalke möchte ihn ja sehr, sehr gerne verkaufen. Eine weitere Laie würde ja zumindest nur das bringen, dass er sein Gehalt einspart, wäre vielleicht eine Notlösung. Aber ich denke mal schon, dass man gerne Kabak verkaufen würde, wenn es am Ende 5 oder 6 Millionen wären. Sind sicherlich auch alle Beteiligten zufrieden. Aber ein Kabak-Verkauf ist sicherlich die favorisierte Lösung. Und auch da gab es ja gestern nochmal ein paar Fans, die ein bisschen rumgesponnen haben. Denn Osang Kabak war ja auf Instagram auf dem Bildschirm mit Malik Chao, wo er eben auch selber erst so viel mit einem blauen und weißen Herz markiert hat, wo dann vielleicht wieder einige gemeint haben, ah Kabak, vielleicht bleibt er ja doch auf Schalke, er wird der neue Abwehrchef. Nein, das ist nicht realistisch. Außer er kriegt einen neuen Vertrag, wo er deutlich, deutlich weniger verdient. Da ist die Frage, warum sollte er es machen? Deswegen wird nachher eine Lösung gesucht und im besten Fall mit Traps und Sport gefunden. Zumindest beginnen nun die Gespräche und vielleicht ist das dann auch die Lösung für alle. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.